Für den FC Schalke 04 ist die neue Ära ohne den langjährigen Hauptsponsor Garz Prom nicht sehr erfolgreich gestartet. Nach dem 3 zu 4, 2 zu 2, gegen den FC Hansa Rostock geriet das Team von Trainer dem Trios Gramozis im Aufstiegsrennen der zweiten Bundesliga weiter in Rückstand. Vor 28.790 Zuschauern sorgten am Samstag die Rostocker Torschützensfante in Gelson, 25, John Fahouek, 40, Pascal Breyer, 56 und Nils Fröhling, 90. Plus Sechste, für Ernüchterung bei den Gastgebern, die sie bereits auf den Trikots präsentiert haben der neue Sponsor Viva West und der Schriftzug Togeta vor PEACE.